Heute mit dem WICORN Netzwerk Köln bei unserem Partner Santos Grill, ein spannender Grillkurs für unsere Mitglieder. Wir hatten in Summe sechs Gänge, es war alles dabei. Ich bin richtig glücklich hier zu sein, weil A1 ist das Essen und das Grillen hier immer Bombe. Zum zweiten ist das Netzwerk einfach total toll. Die ganzen Leute sind sehr, sehr nett, machen Spaß. Smokey Barbecue als Thema. Klasse Veranstaltung, leckeres Essen und wie ihr hier seht, in einer tollen Räumlichkeit. Auch noch zu netzwerken, wir sitzen jetzt hier alle zusammen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Leute konnten sich ausleben und am Ende des Tages sind alle richtig satt geworden. Vielen Dank. Vielen Dank.